so getriebe und getriebeöl wechseln wollt ihr nur das getriebeöl wechseln macht ihr hier den stutzen auf hier füllt man das öl ein und unten am getriebe ist eine ablassschraube hier das ist fast bei jedem roller genau gleich so sie unterscheiden sich höchstens in der form oder position aber es ist meistens genau gleich die machen wir jetzt auf und stellen einen becher darunter dann können wir das öl ablassen es wäre natürlich gut wenn noch was rauskommt so dass man nicht monate oder jahre lang ohne öl gefahren ist so und schon läuft es raus jetzt warten wir einfach bis nichts mehr kommt es ist schon ziemlich trüb und dreckig also war höchste zeit dass es gewechselt wird wenn jetzt nichts mehr kommt machen wir die ablassschraube wieder rein und dann können wir auch schon wieder das öl auffüllen dann wäre der ölwechsel vom getriebe gemacht da wir aber jetzt auch noch das getriebe wechseln und prüfen werde ich jetzt noch kein öl rein füllen es kommt auch nichts mehr wichtig ist hier muss ein kupferdichtring drauf sein und er sollte natürlich auch unbeschädigt sein so ablassschraube wieder rein fest anziehen und würden wir jetzt das öl wieder rein kippen da steht übrigens hinten auf dem block immer drauf oder im serviceheft wie viel rein muss man sollte nicht mehr rein füllen das läuft dann nur raus auf den reifen und so weiter das ist eher gefährlich hier steht jetzt drauf 110 kubikzentimeter also 110 milliliter öl wichtig ist es sollte natürlich auch ein getriebe öl sein und nicht irgendein öl so wir entfernen jetzt die kupplungsglocke vielleicht das ganze kupplungs und wandlerpaket mit dann sehen wir unseren getriebedeckel dann lösen wir alle schrauben am getriebedeckel öl ist ja jetzt draußen ich habe extra schon mal zwei schrauben weggelassen damit es schneller geht auf dem video schaut auch immer diesen zimmerring hier an der sollte natürlich dicht sein denn sonst läuft euch das getriebe öl wieder davon es gibt unterschiedlich lange schrauben die langen schrauben kommen immer an die stelle wo die buchsen sind die sieht man jetzt gleich so die schrauben sind draußen jetzt entferne ich noch die hintere felge denn ich möchte das getriebe komplett ausbauen so jetzt den getriebedeckel langsam abhebeln muss man manchmal mit einem schraubenzieher etwas darunter hebeln er ist manchmal etwas drauf gepresst alternativ mit einem kleinen gummihammer etwas draufhauen jetzt ist der getriebedeckel ab da kommen uns auch schon die dichtung entgegen bei manchen modellen ist eine papier dichtung verbaut die sollte natürlich zumindest der innere ring noch ganz sein wichtig ist auch bei modellen die keine so eine papier dichtung haben die werden mit motordichtmasse abgedichtet das ist zum beispiel bei piaggio so da schaut es dann quasi nur so aus da muss alles penibel gereinigt werden und die dichtflächen komplett entfettet und dann wird motordichtmasse aufgetragen und wenn man dann das getriebe wieder zusammengebaut hat muss man einen tag warten bevor man öl wieder einfüllt ganz wichtig auf jeden fall haben wir jetzt hier unsere welle vom wandler und der kupplung das lager sollte natürlich nicht malen und auch kein spiel haben genauso sollen hier die laufbuchsen nicht ausgeschlagen abgenutzt sein das ist bei rollern die mal mehr als 40 50.000 kilometer haben ist das so und bei piaggio habe ich das auch schon oft gesehen dann haben wir hier die radwelle und unsere zwischengetriebewelle wie man sieht selbst ohne öl läuft es noch komplett geräuschlos das sagt uns dass das getriebe noch sehr gut ist wir machen jetzt die radwelle heraus so jetzt ist die radwelle heraus die sollte am besten fall natürlich auch nicht eingelaufen sein weil hier ist nochmal auf der seite ein zimmerring der sollte natürlich auch in ordnung sein genauso das lager ist aber eher selten kaputt genauso wie die getriebewelle selber auch die verzahnung geht so gut wie nie kaputt und dann haben wir noch das zwischengetriebe sieht auch sehr gut aus und dann prüfen wir noch unsere lager gehen natürlich alle noch sehr gut auch keine beschädigungen oder späne irgendwo so soll es natürlich sein dann bauen wir wieder die zwischenwelle ein manchmal sind auch hier oder auf der anderen seite ausgleichsscheiben ganz ganz dünne unterlegscheiben aber nicht immer das sind einfach fertigungstoleranzen und die gleicht dann der hersteller damit aus hier sind es jetzt zum beispiel keine die dürft ihr natürlich nicht weglassen und müsst ihr auch wieder so einbauen wie sie auch vorher drin waren da versteht das getriebe nämlich keinen spaß bis zum anschlag alles rein dann die dichtung wieder drauf hier sieht man übrigens die buchsen in diesen zwei buchsen sind die langen schrauben verbaut und daran orientieren wir uns auch mit der getriebedeckeldichtung so dann kommt der getriebedeckel wieder drauf zuerst in die verzahnung einführen bisschen schwierig von der seite so So, jetzt kommen die Schrauben wieder rein und wie beim Zylinder wieder abwechselnd dann festziehen, aber nur mit 20 Newtonmeter, nicht mehr, denn diese Gewinde gehen leider sehr schnell kaputt, vor allem bei Piaggio. Ich rate übrigens davon ab, das Getriebe mit Bremsenreiniger oder irgendwelchen Reinigern komplett rauszuwaschen, denn dann gehen die Lager, also die Schmierung der Lager kaputt. Das würde ich nicht machen. Halt, abwechselnd anziehen. Da wir jetzt kein Rad dran haben, nutzen wir natürlich den Platz und füllen das Öl ein. Ich fülle jetzt zu Schauzbecken nochmal das alte Öl ein, aber natürlich nimmt man neues Öl. Ich habe jetzt nur leider keins da und das ist eh unser Schaublock, von daher ist das für Übungszwecke jetzt okay. Aber natürlich sonst nur neues Öl rein. Und zwar genau die definierten 110 Milliliter. Ob es jetzt 5 Milliliter mehr sind, macht nichts, aber ihr solltet natürlich nicht 150 reinfüllen, denn dann läuft es zum Überlauf raus und verteilt sich auf Straße, Reifen, Bremsen und so weiter. So, wenn das Öl drin ist, unseren Stopfen wieder drauf, dass kein Dreck ins Öl kommt. Und dann haben wir das Getriebe getauscht, das Getriebeöl gewechselt. Jetzt können wir noch die Hinterradfelge wieder einbauen, damit der Block wieder vernünftig steht. Wie man hört, es läuft schön leise und geräuschlos. Ich verbau dir jetzt ein gerade verzahntes Tuninggetriebe, dann ist es normal, dass es Geräusche macht, aber ein Originalgetriebe sollte keine Geräusche machen. Ein Getriebeölwechsel ist übrigens bei Rollern sehr selten notwendig. Normalerweise alle 15.000 höchstens. Also alle 15.000 Kilometer. Oder wenn eh was daran gemacht wird, wenn zum Beispiel die Dichtung undicht wurde, ein Zimmerring undicht wurde oder ein Lager, dann macht man das mit. Aber normalerweise ist das nicht nötig. Denn der Verschleiß hält sich bei Rollern sehr in Grenzen. Wirklich erst bei Rollern, die 40.000, 50.000 Kilometer haben, muss sowas getauscht werden. Dann ist aber leider auch oft der Block eingelaufen, wie bei Piaggio. Und da muss man eh den Block tauschen. Aber so ein Getriebe geht eigentlich fast nie kaputt. Außer man tunet natürlich ohne Ende und fährt halt mit Originalgetriebe und 20 PS am Hinterrad. Das sollte natürlich dann klar sein, dass das nicht lange hält. Okay, ich hoffe ich konnte euch so weiterhelfen. Und schaut auch das nächste Mal wieder rein. Bis zum nächsten Mal wieder.